Claudia Kerner und ich möchte heute gerne meine Erfahrungen mit dem MedBet 9010 erzählen, die ich am 1. Januar gemacht habe. Das heißt, mein Jahr ist schon ganz ordentlich gestoppt mit ganz viel Energie. Ich wollte mir eigentlich die Zeit nehmen, am 1. Januar abends das MedBet zu aktivieren und hatte es vormittags schon installiert. Dank Oliver, der in diesen Videos das hervorragend alles beschrieben hat, kam ich super klar und es war auch ganz einfach, das Foto hochzuladen und dann die Zeit abzuwarten. Ich wollte ja bis abends warten, dass ich dann mich ins Bett lege und das MedBet aktiviere. Aber soweit kam ich gar nicht. Ich habe, um nochmal etwas nachzuhören, nachzulesen, nochmal zurückgescrollt im Handy und dann war ich mir nachher nicht mehr sicher, ist das Foto jetzt hochgeladen oder nicht. Also habe ich so, es war nachmittags halb zwei, nochmal das Bild hochgeladen und dann hatte ich das Erlebnis, dass ich wirklich das Gefühl hatte, das Bett arbeitet schon mit mir, obwohl ich noch gar nicht drin lag. Es zog mich regelrecht auf den Platz und ich dachte, naja gut, ist Feiertag, ich lege mich gleich rein, warum nicht? Ja, und ich lag im Bett und es war eine unwahrscheinliche Energie zu spüren, auch vor allem als ich dann den Befehl gab, es kenne mich. Dann ging es erst richtig los, also ich habe gemerkt, wie es in allen Körperstellen gearbeitet hat. Es war eine unwahrscheinliche Energie für mich zu spüren, muss aber dazu sagen, dass ich auch zu den hochsensiblen Personen gehöre. Und dann hatte ich ja mich so vorbereitet mit meinen Themen, vor allem meinen Knien, die mehrfach schwer verletzt wurden. Und ich habe dann natürlich die Bereiche auch ganz speziell genannt und hatte so eine innere Liste mir gemacht, habe aber nach einer halben Stunde das Gefühl gehabt, ich muss mich jetzt umdrehen, ich muss schlafen. Und es war ungefähr Viertel vor zwei und ich habe dann bis Viertel vor sechs tief und fest geschlafen und war ganz energetisch aufgeladen. Ich hatte ja die Stellen auch unterschiedlich gespürt in der Zeit und es war sehr intensiv, vor allem in den Beinen, in den Händen. Ich hatte das Gefühl, mich presst so jemand in das Bett rein und ich konnte mich teilweise gar nicht richtig bewegen oder rühren, wie wir sagen würden, bis ich mich dann umdrehte und wirklich einen sehr erholsamen Schlaf hatte. Und dann brauchte ich eine Pause. Ich brauchte definitiv eine Pause von diesen vier Stunden, dieser wahnsinnig starken Energie, die ich wahrgenommen habe. und habe zwei Stunden Pause gemacht, habe eine Kleinigkeit gegessen und es war dann abends, viertel vor acht, wo ich gedacht habe, so, jetzt lege ich mich wieder hin, jetzt habe ich noch zwei Stunden Zeit, das MedBed auszunutzen. Bin reingelegen, habe wiederholt dann gesagt, MedBed erinnere dich an das Programm, was ich vorher schon gesagt habe. Und dann ging noch mal der Punk ab, aber so, noch mal ganz auf eine andere Art und Weise. Ich war zwei Stunden voll dabei, habe es aber empfunden, als wäre es eine halbe Stunde. Und ich wurde geführt. Es war ganz, ganz interessant. Also ich hatte zwar ja in dem ersten Part schon meine Themen so genannt, aber als ich unter das Bett anfing, mit mir zu arbeiten, hatte ich das Gefühl, mich nimmt jemand an die Hände. Und da kam eine unwahrscheinlich warme Energie über die Hände in meinen Körper rein. Das wurde ganz stark bei mir angetriggert in einem Trauerpunkt um meine Mutter. Also da kam noch mal diese ganze Trauergeschichte auch hoch, wo ich aber auch sehr dankbar war. Und dann wurde ich, unabhängig von diesen starken Empfindungen auch im Körper wieder, wurde ich durch meinen Körper geführt. Ich bekam Bilder. Ich bin dann auf die Stellen hin, wie wenn das MedBed genau gewusst hat, du hast auch da und da ein Ungleichgewicht. Und es wurde mir gezeigt. Und ich bin dann jedes Mal dahin, habe meine Befehle reingegeben an das MedBed, habe damit gearbeitet und es war sehr, sehr intensiv. Und ich habe ja gesagt, ich habe es als eine halbe Stunde empfunden, obwohl es dann wirklich nachher zwei Stunden waren. Ich bin genau nachdem die zwei Stunden rum waren, dann zu mir gekommen, obwohl ich jetzt nicht geschlafen habe, sondern ganz intensiv das Ganze erlebt habe und war ja sehr, sehr entspannt, sehr tiefenentspannt, war bewältigt, überwältigt von dieser ganzen Energie, die ich erlebt habe und habe mich dann einfach ins Wohnzimmer gesetzt. Und da es abends war, viertel vor zehn und ich dann zwei solche Phasen mit dem MedBed hatte an dem Tag, war ich topfit. Ja, also ich war dann bis nachts um drei Uhr noch wach. Und das Schöne danach war, ich war sowas von regeneriert. Ich hatte bis dahin eine Woche Urlaub gehabt und war ziemlich erschöpft von dem letzten Jahr. Ich war topfit. Ich wollte meine Wohnung renovieren. Ich hätte vor dem MedBed gar nicht die Energie dazu gehabt. Und ich hatte sie dann definitiv, sodass ich montags anfing, zwei Tage lang zu renovieren und nicht einmal die Folgen der Arbeit mit der Wand und der Farbe hatte, sondern mich richtig gut gefühlt habe. Und ich habe meine Themen ja bearbeitet, auch mit den Knien. Ich merke, dass die Knie etwas entspannter sind. Ja, ich möchte das einfach noch weiter beobachten. Es wäre zu früh, noch zu viel drüber zu sagen. Aber die Knie sind entspannter. Ich hatte eine Blockade drin, auf einen Hocker hochzugehen oder so. Das kann ich mittlerweile wieder ganz gut. Und man muss einfach wissen, ein Knie hat noch in den Außenmeniskus gerissen. Das andere hat eine OP drauf gehabt vor 20 Jahren. Aber ich hatte zwei schwere Stürze drauf. Ich fühle mich aber trotzdem mit den Knien aktuell so ein paar Tage jetzt nach dem MedBed besser. Und die anderen Dinge wie mein Hashimoto und diese Sachen, die möchte ich weiter beobachten. Da kann ich jetzt natürlich noch nicht viel dazu sagen. Aber was ich generell sagen kann, es war ein Wahnsinnserlebnis. Ich habe jetzt noch immer noch einen sehr guten Energiehaushalt, was ich sehr begrüße. Also ich habe mich nach dem MedBed gefühlt, wie wenn ich drei Wochen Urlaub hinter mir habe. Und das war sehr schön. Ja, das kann ich nur empfehlen. Ich habe es dann auch gleich, da ich ja auch für Menschen arbeite und auch schamanisch arbeite. Ich habe Klienten, wo ich gesagt habe, komm, nutzt es aus, das MedBed. Ich kann es euch nur empfehlen. Und das haben auch schon welche gemacht. Da habe ich auch schon Feedback bekommen. Also hiermit einfach die große Empfehlung. Probiert es aus, nutzt es aus. Es tut unwahrscheinlich gut. Und ich bedanke mich bei dir, Oliver, für diese Eingebung, die du hattest, diese Vision. Und dass du es auch so gut umgesetzt hast. Ich bin vertraut mit Heimoi von anderen Produkten. Aber das MedBed hat in diesen acht Stunden hier wirklich enorm gearbeitet. Deswegen ganz, ganz lieben Dank und euch allen eine gute Zeit.